Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht es mal um was, was mich persönlich ziemlich hart abfuckt und zwar fucking nochmal Emojis. Also sie sind halt einfach behindert und für mich ist irgendjemand, der sie benutzt, direkt im IQ-Level einfach so 10 bis 20 Punkte nach unten oder kurzum bekommt für mich ein Scheißverdachter Hurensohn. Nicht, da ich diese Person danach echt nicht mehr ernst nehmen kann. Es ist für mich halt einfach behindert. Es ist halt einfach nur eine dumme Persönlichkeit. Zumindest für mich. Es ist auch so ein übelstiger Abton, wenn das irgendjemand benutzt. Die einzigsten, bei denen ich es verzeihe, wenn sie es benutzen, sind Kinder, weil Kinder sind scheiße dumm. Das weiß jeder. Und ja, darum kann ich ihn verzeihen. Es ist halt auch einfach nur so ein Mittel zum Zweck. Die finden es halt cool, weil es ist bunt. Bunt und schön. Da kann man natürlich so viel dumme Scheiße machen als fucking behindertes Kind. Und ich kenne es ja von mir selbst. Solange es bunt ist oder halt cool ist in dem Fall, benutze ich es halt so. Also keine Ahnung, für mich war es damals fucking Pokémon und heute sind es halt irgendwie viele Moves, Snapchat oder so einen Scheiß. Auch wenn es eh keiner benutzen sollte. Also ich glaube, ich habe meinen Punkt ganz gut rübergebracht. Na dann, hau da rein. Vergesst nicht. Bleibt toxisch. Derbomiert den Kanal. Dislike meine Videos. End mit die fucking Glocke. Und verpisst euch von meinem Rasenöckling, ohne unsinnig. No! Oh!